Also, Höhe ist erstmal egal. Spieltroll mich nicht. So. Würde das gut aussehen. Würde ich hier vorne noch zwei als extra Höhe ansetzen würde. Da könnte ich gerade keine mehr. Würde ich die hier hinsetzen würde. Ups. Würde ich... Das würde... Das sieht scheiße aus. Aber was ich noch machen könnte... Da hätten wir halt keine Symmetrie mehr hier drin. Wäre halt hier so ein extra Brückenteil. Ah ne, ich würde sagen... So sieht das eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Ja, ich würde sagen, wir bauen es so. Gut, merken wir uns das Ganze mal. Äh, das wollte ich nicht. Und eigentlich hier einen flatten Task hinmachen. Oder einfach den hier nehmen. Und ihn hier rüber verschieben. Und sagen, okay, macht mal. Wie sieht es hier drüben aus? Lösen sich langsam die Baumstümpfe? Äh, nö. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Das heißt, in der Zwischenzeit planen wir hier jetzt mal unseren nächsten Schritt im Bauvorhaben. Unseren eigentlichen Schritt. So, welchen Dings haben wir genommen? Kann ich euch kopieren. Und das wäre schon mal die Eingangstür. Jetzt brauchen wir unsere Holzsäulen. Kannst du hier erstmal die in den Ecken. So. So, was haben wir jetzt gesagt? War es zwei, zwei. Dann wäre der lang. Ja, das war, glaube ich, das, was wir gesagt haben. Hier geht das wiederum nicht auf. Hm. Oder haben wir es nur da vorne gesagt? Und hier haben wir gesagt... Drei. Ja, hier haben wir, glaube ich, drei gesagt. Oder haben wir... Oder haben wir das so gemacht gehabt? Nee, auch nicht. Äh... Ganz ehrlich, wie haben wir das da an der Seite gesagt gehabt? Das weiß es gerade gar nicht mehr. war es zwei... Oder war es so? Nee, so war es auch nicht. Weil hier hätten wir dann eine Dreierlücke. Oder haben wir gesagt, wir machen... hier eine Dreierlücke? Äh, nicht du. 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 Hier jeweils zweier Lücken. Sieht am ehesten nach dem aus, was wir gesagt haben. Ja, selbst wenn wir nur Dreierlücke gehabt hätten, würde das nicht... vernünftig aufgehen. Also machen wir zwei... E. Hier. Zwei, drei, zwei hier. Und zwei, zwei hier. Genau dasselbe hier drüben. Also erst einmal die zwei, dann das hier, dann die zwei und dann das hier, so. Also zwei, zwei, lang, zwei, drei, zwei, 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 so. So, da ist die große Frage. Ich habe gesagt, hier gegenüber von den Säulen. Genau. So sozusagen ein Gegenstück sein. Ja, und dann können wir das genauso machen, wie hier. wir hätten wir stattdessen drei gemacht. Wir hätten wir stattdessen drei gemacht. probieren. Also wäre hier eins. Hier eins. Hier die Dreiersäule. Hier eins. Hier eins. Und das würde schon mal nicht aufgehen. Genau. Gut, okay. 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 Dann setzen wir jetzt erst mal die unteren. So, und jetzt kommen die oberen. So. Okay, jetzt brauche ich noch die Querträger. Erstmal alle in dieser Anordnung hier. Und dann in der Gegenüberliegenden auch noch. So. Und so. Die beiden da als letzte, sobald wir die Dächer drauf haben. Jetzt speichere ich das erstmal weg. Nicht, dass ich es aus Versehen wieder lösche. Es wäre nämlich doof und unpraktisch. Guck mal kurz, wie es hier drüben rumgeht. Und hier wird jetzt auf jeden Fall einer zum Aufräumen gebraucht. Und am besten zwei. Aber das macht die Baumstimme weg. Gut, im nächsten Schritt. Kommen jetzt Dächer. Hier drauf. Und ja, ich muss sie einzeln klicken. Ziehen kann ich sie nicht. Äh, das war der falsche OK-Befehl. Das ist der Richtige. Och, das war der vine. Ist da drauf. Hier drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 So, fertig. Das heißt, wenn hier gefüllt ist, kann gebaut werden. So, fertig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, hier liegen doch ein paar Baumstämme im Wald rum. Komm, wenn du schon mal hier bist, sammle den ein, bring ihn weg. Dann kannst du weitermachen. Gut. Na ja, kommen wir zurück zu unserem Bauplan. Den wir da hatten. Ich würde halt wirklich sagen... ...fünf hoch, dann ist sie eins höher als der aktuelle. Aktuelle. So. Okay. Und die Brücke halt zu hoch und runter gehen. Sieht halt doch besser aus als eine Rampe. Ah ja, eine Rampe wäre hellenlang. Gut, die Brücke ist auch nicht kurz. Sieht aber nicht ganz so gequält aus wie die Rampe, muss ich ehrlich zugeben. Und dieses Ding hier. Ja, klar. Und das wieder irgendwelche... Sachen im Weg sind. So. Letzter Abschnitt. Gut. Yippie. Gut. ... Ach. ... ... ... Ich sagte doch, du sollst hier aufräumen. So, jetzt kannst du dem Crowley weiterarbeiten. Man, sind hier noch viele Baumstämme. Werden aber nach und nach weggebracht. Super.